Die Alpha 10 nährt sich und nährt sich und nährt sich. Eine Woche noch, eine Woche noch, vielleicht, 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 vielleicht. Ja, am 15. soll sie theoretisch erscheinen. Ich bin gespannt. Ja, jetzt bauen wir aber erstmal unseren, lauf nicht weg! Ja, du, ich will dir die Frames geben, damit du anfangen kannst, den Turm zu bauen. Und warte, hier kommen noch ein paar. So, ich fände einen Kuchen bangen. Oder mehrere Kuchen bangen. So, du kannst eigentlich schon mal anfangen, ich pflanze dir dann nochmal ein paar Bäumchen in der Zwischenzeit. Und, ähm, ja, ich bringe dann gleich nochmal ein paar Frames vorbei und ich komme dann auch mit, mit Planks, damit ich dann so ein bisschen alles, ähm, dicht mache. Ja. Okay. Das nennt man Arbeitsteilung. Ja. Rockt. So, ich nehme nochmal ein bisschen Grilled Chicken, äh, Grilled Chicken sag ich schon hier, Grilled Rabbit. Ähm, ich bin gerade überlegen, wollen wir da dann auch wieder eine Brücke drüber bauen? Ich würde sagen, genauso wie der andere Turm auch, ne? Okay. Oder nicht? Ja, doch, 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 doch. Du das sagst. Von mir aus kannst du sie dann auch direkt ranbauen, dann haben wir zwei verschiedene Türme. Das ist ja unsymmetrisch. Ja, und auch unsinnig. Ja, warum fragst du denn dann? Ja, entschuldige. Ich will jetzt genau wie ein Baum. Was, er ist wie ein Baum? Er zeig mir. Wieso ist er wie ein Baum? Hä? Hab ich das, weißt du, hä? 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 Hast du gerade gesagt, er ist wie ein Baum? Kommunikation. Oh, Leute. Baum? Baum? Was ist ein Baum? Hä? Jetzt macht ihr mir Angst. Ja. Äh, ich hab gar keinen Hämmerse mehr. Hämmerse. Oh, ja, warte, ich komm zurück, ich mach dir einen. Ja, warte, nee, ich mach mir doch schon selber einen. Achso, ich dachte, den kannst du nicht. Ach stimmt, den kannst du mir geben, jo. Wenn du hast. Nee, hab ich nicht, ich muss kurz zurückkommen, aber ich hab ein gebrochenes Bein, es dauert einen Moment. Hör doch mal auf damit. Hopp, 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 hopp. Ja, was mach ich denn? Sei es doch still. Oh, hopp, 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 hopp. Die Pflanzen wachsen. Ich bin so begeistert. Ja, wir müssten ja mal gucken. Eigentlich müsste ja die Horde kommen. Außerdem, was willst du mit dem Hammer? Ja, du sollst ja erst mal nur die Frames bauen. Vor allem, ähm. Ja. Ja. Wir haben es 19.30 Uhr. Ja, nochmal so zur Info. Ja, ein bisschen, ein bisschen was schaffen wir hier ja noch, ne? Ja, ich sag ja nur. Es heißen ja wieder, oh nee, wenn ich Bescheid gesagt habe. Achso, ich will, glaube ich, immer meinen Zugang mal machen. Habe ich eine Axt dabei? Wo bleib mein Hammer? Oder mache ich den da hin? Ist auch scheiße. Bin ich alles scheiße hier, Mann? Ähm, muss mal kurz gucken, wie der war. Dass ihr immer so fluchen müsst. Ja. Weil wir es können. Wie war denn der? Ah, na ist egal. Achso, war der. Ja, haben wir davon noch was? Ja, haben wir. Ah, ja. Lach nicht. Das ist Management hier. Aber Leute, Leute, komm, das muss ich euch jetzt einmal so erzählen. Das ist Management hier. Ich regle meine Bausachen und meinen Hund, der schon wieder im Schlaf läuft, damit ihr ihn nicht auf der Aufnahme habt. Das ist Management, das ist Logistik. Ah, ja. Hermes könnte sich bei mir eine Scheibe abschneiden. Ja, Hermes, Herpes. Herpes. Also dieses Bild eben gerade vor meinen Augen, was ich hier hatte. In der einen Hand die Maus, in der anderen Hand den Hund, den sie geschüttelt hat, wie bekloppt. Aber das stimmt ja gar nicht. Leute, ich quäle meinen Hund nicht. Ich glaube das nicht. Ah, ja. Ich will das eigentlich gerade erst. Ich habe ihn nur ein bisschen gerüttelt, damit er ein bisschen wach wird. Lass ihn doch pennen, Mensch. Ja, aber der läuft wirklich laut im Schlaf. Also umso älter er wird, desto lauter läuft er im Schlaf. Und er ist zwölf Jahre alt. Also kannst du dir vorstellen, was der für Geräusche dabei von sich gibt. Ah, ja, okay. Wieso falle ich hier runter? Das tut meinem Bein nicht gut. Was ist denn jetzt mit meinem Hammer hier? Es ist gleich dunkel. Ach ja, dein Hammer. Den wollte ich dir gerade bringen, aber... Au. Oh. Oh. Zweites Bein gebrochen. Nein. Wo bist du eigentlich? Ach, da hinten bist du. Wieso brauchst du den Turm denn da hinten hin? Nein, gut. Ich lass dich machen. Nein, nein. Ist gut. Der Turm ist wunderschön. Ich sehe jetzt schon, das wird ein Bild von Turm. Oh Gott, oh Gott. Wenn das schon so anfängt. Das glaubt einem doch keine Sau. Oh, ich mach mir hier eine Treppe hin. Ich hatte doch eine Treppe von über. Ich glaube, ich hätte mir eine Treppe hin. Dankeschön. So. Ich hab auch noch ein paar Frames für dich. Treppe? Treppe. Wo ist denn die Treppe? Ach, da ist die Treppe. Das siehst du, Frames. Wie glaube ich jetzt? Oh, hab ich genug? Mehr brauch ich nicht. Mehr brauchst du gar nicht? Nö. Treppe. Wozu hab ich denn so viel Holz gesammelt? Äh, was sieht los? Oh, ich hab eine schöne Treppe. Oh, okay. Bau mal in die Höhe. Weil ich hab doch gesagt, ich mach das hier unten. Ähm. Wut. Ach, mein schönes Dachapartmentor. Hätte so schön werden können. Ach so. Ist aber nie fertig geworden, ne? Nee, ist nie fertig geworden. Sieht ja auch scheiße aus. Das gefällt mir nicht. Ach ja, hätte ich so schön werden können. Wäre es nicht klüger gewesen, zuerst die Brücke zu bauen? Nein. Okay. Ups, wollte ich gar nicht. Was ist da denn hier? Ach so. Mutfram. So. Muss auch ein bisschen schneller, Herrmann. No. Hat man's gehört? Ja. War's wieder im Bein gebrochen? Ich hab da oben schon zugemacht. Kommt hier klar. Hast du mal eine Leiter? Soll ich das in die Hand nehmen? Soll ich, äh. Hast du mal eine Leiter? Ach so, jetzt liegst du im Loch, hängst du im Loch drin, ne? Ja. Ah, ey. Einmal mit Popis. Ich mach hier unten schon mal zu. Einmal. Ich mach hier schon mal die Ecke zu. Du wirst immer lachen, ich hab's doch schon kommen sehen. Ach so. Deswegen wollte ich eigentlich so nach und nach erstmal die Frames dann auch gleich befüllen und mich dann langsam hochbauen, aber naja. Ach, naja. Gut, ich sag da nichts zu. Hallo. Juhu. Aber vor Ort ist die Zombies, kriegen mich da nicht. Ein Seil, Wasser, irgendwas. Spül mich hier raus. Es ist mir egal. Mit Spüli. Ja, wie gesagt, du bist da aber sicher vor Zombies. Also das ist eigentlich ein geiler Außenposten. Ja, aber hier kann ich nix machen. Das ist langweilig hier drin. Hättest du ja auch ein Buch mitnehmen können. Daran hab ich nicht gedacht. Obwohl, ich könnte jetzt hier oben, hier oben, wo sie nicht ankommt, einmal TNT reinstopfen. Ja, genau. Ohne Karwumms. Oder einfach rundherum einmal TNT, weil bis sie sich rausgegraben hat. Das wär ja eigentlich mal ein Gag, ne? Ein Gag. Das wär ein richtiger Gag, ja. Ja, 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 ja. Das ist so ein dickknaller. Ich glaub ich, boah, mal in dieser Folge oder überhaupt bis zum Ende der Staffel werde ich, glaub ich, mal eine Karwumms zu Ende bauen. Oh nein, das ist erst schon 21 Uhr. Ich muss hier raus. Ja, ich weiß gar nicht, kann ich das überhaupt noch runterwerfen? Geh da drüber. Ich mach hier jetzt grad schon selber. Es dauert mir bei dir zu lange. Mann. Darf ich die Leute? Schwupp. Ist unten was angekommen? Äh, ja. Ja, hast du, gut. Ich geh mal rein, weil es wird dunkel. Du, ich geh mal rein. Warte mal. Ich hab hier doch irgendwo... Ich kümmere mich hier schon um mich selbst, kein Problem. Dir kann ja nichts passieren, du bist ja in Sicherheit. Quasi. Ihr sagt das so. Ja. Ähm. Und Spucker kommen hier in der Nacht sowieso nicht. Das ist wie so ein Haikäfig. Hm. Hm. Jetzt breche ich mir gleich das nächste bei, wenn ich hier runterspringe. Wie weiß es. Da verlasse ich mich ganz fest drauf. Oh. Ach ja, da ist ja wieder so viel Mitgefühl hier. Ich bin gleich zu Hause, aber ich kann nicht laufen. Ich schleppe mich nach Hause. Ich kriege auch die Sachen. Da kommt die Horde, da kommt die Horde. Genau hinter dir, hinter dir. Stimmt ja gar nicht. Nee, stimmt ja auch nicht. Aber es wäre witzig gewesen. Kann nicht eigentlich auch auf mein Kürzchen gehen. Witzig auf jeden Fall. Witzig, definitiv. So, wie baue ich denn jetzt hier weiter? Ich werde mal da hinten weiter bauen. Dann habe ich wenigstens mein Apartment dann fertig geschafft hier. Was habe ich denn hier so an Munition noch? Ich muss noch mal 20 Stück. Kraften. Hm. Bitte? Na? Hä? Hä? Alter, lass mich hier rein. Ach so. Hm? Hallo? Hat jemand geklingelt? Ich glaube nicht. Ich habe nichts gehört. Ich habe die Klingel ausgemacht. Das kann gar nicht sein. Abgeklemmt. So, die Bateidos sind auch fast fertig. Ja, noch keine Horde in sich. Nee, kommt noch. Nee, meinst du? Ja. Ups, scheiße. So, davon haben wir noch ein paar Döffeln. Ein paar Döffeln. So, Kuchen ist auch fertig. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch Water. Oh, da habe ich sogar noch. Ähm. Ja. Ich kann doch nicht mal nach unten gehen, weil ich kann ja nicht laufen. Das wäre ja Selbstmord. Gut. Äh, das solltest du in der Nacht eh lassen. Joa. Sonst schaffe ich es ja auch. Ja. Ach, scheiße. Ich habe aber kein, kein Holetz mehr. Keine Horde in Sicht. Ja, ist doch gerade so ein Uäh. Uäh. Na gut. Wer schießt da? Was soll er? Ihr wolltet eine Horde provozieren. Wo denn? Wo ist bei dir hinten? Ja, bei dir auf den Turm rennen sie zu. Ausrichtung. Auf den neuen. Osten. Ach, da sind die. Oh. Oh, die ruckeln ein bisschen. Ich komme gleich. Also ich erscheine gleich. Ja, richtig. Ein bisschen ruckelt es. Stirb, du Hund. Stirb, wie du noch nie gestorben bist. Ah, da unten sind sie. Ja, okay, 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 okay. Moin. Ich mache mal Licht an. Ach ja, genau, Licht. Ach, scheiße, ich habe den falschen Helm dafür auf. Hattet mir mal deinem Stahlhelm. Wo war mein, mein, mein. Nein, ich habe gerade meinen Helm weggeworfen. Warum das denn? Wie war danach? Kennst du diesen Drang nicht? Einfach mal Sachen, Gegenstände wegwerfen. Nein. Ja klar, vor allem Sachen, die mich schützen. Ich muss sagen, die Nachladezeit von der Rifle ist mir ein bisschen lang. Ja, aber man kann so schön zielen und... Zum Jagen ist sie geil. Voll der Haufen hier. Hat er gerade eh noch einen Hund gebellt? Gebellt? Ja. Ups. Oh, das ist so easy mit dem Turm, dass wir nicht schon früher darauf gekommen sind. Ich sehe in dem Haufen kaum noch, was noch lebt und was nicht. Ja, das ist ja so geil, weil das ein Haufen ist. Kann das angehen, dass bei mir am Turm da welche rumkraxeln kann? Ja. Mein geliebter Turm. Ich glaube... Das war's. Schnee, den Klax. Ja, da hinten noch ein paar. Ein paar wühlen da unten noch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ansonsten... Da hinten ist noch einer. Ups. Ja, den habe ich auch gerade gesehen. Ich höre aber irgendwie noch mehr. Naja, ein paar oxidieren da noch rum, aber... Ich kann die auch momentan nicht so ganz... Auf der anderen Seite scheinen noch mehr zu sein, oder? Ah, da hinten. Geh weg, du! Geh weg, du Tier! Da kommen noch mehr. Juhu! Was läuft hier eigentlich draußen rum? Habt ihr den Sinn dieser Festung nicht verstanden? Wir suchen die Gefahr. Ich laufe hier mit einem gebrochenen Bein draußen rum. Das ist ja schon gut fahrlässig. Das sollte etwas über meinen Lebensmut aussagen. Nein. Na gut, dann haben wir das erledigt. Ich muss mich erst mal aufmunitionieren hier. Ein paar Tipps haben wir zwar noch genug. Ja, hier kriecht auch keiner. Stille. Absolute Stille. Wir können looten. Nö, so viel zu looten ist gar nicht mehr. Aha. Auch nicht auf unserem großen Haufen? Nö. Im großen Haufen. Gerne eine Leere. Na gut, da kann ich auch mal... Bedauerlich. Habt ihr noch neun Millimeter dabei? Ähm... Ja, 233 Stück. Zehn. Zehn. Okay, dann... Na gut, wir haben ja noch Pumpgun, haben wir ja auch noch da. Dann passt das ja. So, dann haben wir Belch oben weiter. Ich müsste mal meine Pistole reparieren. Die Pistolette. Los del Pistoletto. Ach, ich hab ja noch kein... Oh, kein Holz mehr. Ich müsste mal meine Axt reparieren. Ach, weißt du was, dann setze ich oben nochmal die letzten Frames und dann... Ach, ist das schon wieder sieben? Dann kann ich ja gleich raus. Sehr gut. So. Ein, zwei, drei... Oh, nein! So. Ein, zwei, drei... Was frühstücke ich denn mal? Ich esse seit Tagen Kartoffeln. Seit Tagen. Ja, nun. Soll eine gute Diät sein. Ja, die Kattabeli-Diät. Kattabeli-Diät. Mit so vielen Kohlenhydraten. Ja. Wenn du dich nur davon ernährst. Ja, nur wenn du dich davon ernährst. Ihr braucht noch Frames, ne? Holz-Frames? Nee, nee, nee. Erstmal nicht. Na gut, dann nicht. Der Meshwar. Wenn du nicht bellst. So. Nicht schön, jetzt baum. Der Baum. Ihr müsst Bäumchen pflanzen noch. Habt ihr alles abgeholzt in deinem Haus getrunken? Ja. Naja, alles nicht. Das ist schier unglaublich. Was heißt alles nicht? Da steht kein Baum mehr. Ich hab doch gesagt, ja. Naja, aber das sei mir nicht. Ja. Ja. Das war ja auch eine Männer-Aussage. Warum hörst du darauf? Weil ich ein Mann bin? Ja. Das erklärt einiges. Eine Sumse. Dann war es das auch schon wieder in dieser Folge. Warum? Warum ist noch eine Sumse? Und noch eine Sumse? Warum ist die Banane krumm? Was soll das? Runterfallen, Leute. Ich will doch euren Hornisch. Gebt mir euren Hornisch. Naja, gut. Trotz allem. War eine schöne Folge. Heute ist Montag. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Das ist richtig. Das ist noch eine Sumse. Wo, wo, wo? Da hinten. Ja, die hängen aber auch alle um. Oh. Die hier fliegt aber langsam runter. Oh, die fliegt. Na gut. Und dann sag ich schon mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Da ist sie.